Ich halte es für eine tatsächlich sehr schlimme Agenda, die dahinter steckt, weil hier auch gewisse Machthaber mittlerweile versuchen, die Richtung der Menschheit zu lenken. Und unser Geldsystem steht einmal an dem Kipppunkt, dass wir weg von dem Fiat-Geldsystem zu einem digitalen Geldsystem kommen. Wir haben ja alle auch Familien. Wir haben Eltern, wir haben Geschwister, wir haben Freunde. Mit welchen drei Argumenten können wir denn als Multiplikatoren auftreten, um auch unsere Lieben in Nähe und Ferne zu schützen, ohne denen Angst zu machen, sondern einfach nur aufzurütteln und dazu anzuleiten, sich selbst zu retten. Weil alle retten können wir ja selber nicht. Ja, schön, dass ihr alle wieder da seid, Dominik. Vielen, vielen, vielen Dank für diesen Vortrag. Ich glaube, das war doch etwas, was uns auf jeden Fall ein Stück weiterbringt, oder? Wie fandet ihr das grundsätzlich? Kann man das gebrauchen? Nochmal einen Applaus für Dominik, sehr, sehr schön. Danke. Mir hat sehr viel gebracht. Ich muss gestehen, Dominik, also ich nutze tatsächlich Gold und so weiter, um mit meinen Kindern zu spielen und das ein bisschen ins Gedächtnis reinzubringen. Genauso wie du gesagt hast, nicht als Renditeobjektbringer. Das ist so bei mir, glaube ich, verankert. Und ich glaube, das war auch das, was du mit deinen letzten Sätzen gesagt hast. Man sollte da jetzt nicht die großen Gewinne im ersten Moment erzielen wollen, oder? Also ich habe es bei meinem Junior auch so gemacht. Ich führe in das spielerisch ran. Ich kenne es noch bei mir von den Dagobert-Geschichten. Aber tatsächlich ist es so, dass Gold nicht den Zweck hat, schnell reich zu werden, sondern in Proportion möglichst wenig zu verlieren, weil die These ist, die ich aufgestellt habe, dass wir in ein Zeitalter geraten, in den Vermögenswerte vernichtet werden. Ja, muss ich einsteigen, weil meine Tochter hat gerade ein Buch vorgestellt in der Schule und wenn du Dagobert ansprichst, sie hat die große Biografie, kennst du vielleicht, von Dagobert Duck vorgestellt. Ja, kenne ich. Kann ich jedem nur empfehlen mit kleinen Kindern, große Biografie von Dagobert Duck hat sie in der Schule vorgestellt. Super schönes Buch. Also freut mich einen Mitstreiter zu haben, der Dagobert gar nicht so verkehrt findet. Ich bin Dagobert-Liebhaber. Ich sitze ja auf meinem Goldspeicher. Mein Büro ist über unserem Goldressort. Da fühlt man sich schon ein bisschen wie Dagobert. Da muss ich gestehen, da kommst du ja auch wirklich von zu Hause aus Haus her schon mit dem Gold in Verbundenheit. Das ist natürlich sehr schön. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich gehe jetzt natürlich kurz mal auf meine Fußballstrategie ein, weil ich bin natürlich der Verfechter von einer Streuung eines gewissen Assets. Und ich glaube, was würdest du auch sagen, nicht alles in Gold. Das ist auch gar nicht dein Bestreben. Das hast du gerade schon gesagt. Wo ordnest du dich ein in der Fußballstrategie? Du hast es auch schon kurz erwähnt. Ja, ich denke, die Defensive ist schon gut angebracht, wenn ich sage, wir sind mit Gold und Silber in einer Art Lebensversicherung für das Portfolio. Genau. Und apropos Lebensversicherung. Es gibt ja in Deutschland mehr Lebensversicherungen als Deutsche. Also auch da muss man sagen, bevor ich in eine Lebensversicherung investiere, in Anführungszeichen, ist Gold, denke ich, die bessere Alternative. Kann man auf jeden Fall sich mit überlegen. Du hast so wundervolle Dinge. Da willst du noch mal ein bisschen was zu diesen Sachen grundsätzlich erzählen? Weil ich bin natürlich neugierig, wenn ich schon mal die Möglichkeit habe. Hier sind wahrscheinlich die anderen auch. Wichtig ist es, wir haben jetzt hier Exemplare dabei, die hier schon mal angetatscht wurden. Aber wenn ich Gold anfasse, sollte man eigentlich immer diese Handschuhe tragen. Denn Gold an sich, wie man auch jetzt schon auf dem Barren sieht, hier haben wir ein Kilo, hat natürlich die Eigenheit, dass es schnell den Glanz verliert, wenn die Haut Fettspuren hinterlässt. Es ist so, dass das ein Kilo ist mit etwa 60.000 Euro. Nimm es gerne mal in die Hand. Ich habe jetzt keinen Handschuh. Egal, du darfst das. Das waren ja die Musterexemplare. Danke. Und hier haben wir auch ein Kilo Silber, genau. Und wie ich schon sagte, diese Magie, die wird nicht transportiert über ein Bild oder ein Video. Man muss es einmal angefasst haben. Und das sind jetzt mal gängige, große Investmentprodukte. Wenn jemand sagt, ich habe eine Immobilie verkauft, die ich mal kurzfristig umschichten möchte, habe Angst, es auf dem Bankkonto liegen zu lassen und sichere das zwischenzeitlich mit Gold ab. Und es fühlt sich anders an als ein 500-Euro-Schein oder ein Stapel 500-Euro-Schein auf jeden Fall. Genau. Und es hat eine längere Geschichte als der 500-Euro-Schein. Wahrscheinlich auch in Zukunft. Das ist ein anderes Thema, wo der 500-Euro-Schein noch hingeht. Ne, finde ich sehr, sehr spannend. Also das ist ganz toll. Ich habe mir so ein bisschen den Chats durchgeguckt, also alles, was dort bereichert ist. Du sagtest schon, da kam auch immer mal wieder die Frage im Gesamtvermögen. Das hast du, glaube ich, am Ende relativ gut beantwortet. Du bist früher auf 15 Prozent gegangen, jetzt auf 30. Ja. Aufgrund der aktuellen Situation, oder? Genau. Also ich bewerte die Situation tatsächlich als, und damit möchte ich jetzt, wird mir oft vorgeworfen, dass ich damit Angst machen möchte. Im Gegenteil. Ich lebe recht angstfrei. Aus dem Grund, weil ich mir die Probleme vor Augen geführt habe, die für mich realistischen Probleme, und diese beseitigt habe. Und die Lösung ist in meinen Augen, und das ist auch meine Festüberzeugung, recht einfach. Das finde ich aber sehr gut. Du hast am Anfang nicht mit der Angst gespielt, das will ich dir nicht unterstellen, sondern du hast natürlich die Angst bewusst gemacht. Ja. Du bist aber, schon nochmal zusammenfassend, sehr positiv, denken wir in die Zukunft. Okay, das beruhigt mich, das freut mich, weil das ist natürlich... Ich bin ja auch selbst in andere Anlageklassen investiert, sonst dürfte ich keine Immobilien, keine Aktien, keine Kryptos besitzen, ja? Also ich spiele ja auch nach eurer Strategie. Wundervoll. Also ich glaube, das ist die größte Auszeichnung, die wir haben können, dass selbst ein Dominik Gettner sagt, die Fußballstrategie ist auf jeden Fall ein vernünftiges Beiblatt dabei. Also das finde ich sehr, sehr schön. Du hast ja schon sehr plakativ auch gesagt, die Finanzsysteme. Mal ganz konkret gefragt, wie siehst du das Finanzsystem wirklich in fünf Jahren, in zehn Jahren? Also gibst du dem Ganzen noch Prognose oder...? Also das ist jetzt was, was... Also ich sehe es ähnlich. Wir stehen vor einem der größten Wandel der Menschengeschichte und das World Economic Forum bezeichnet das als den Great Reset. Ich halte es für eine tatsächlich sehr schlimme Agenda, die dahinter steckt, weil hier auch gewisse Machthaber mittlerweile versuchen, die Richtung der Menschheit zu lenken. Und unser Geldsystem steht einfach an dem Kipppunkt, dass wir weg von dem Fiat-Geldsystem zu einem digitalen Geldsystem kommen. Und das ist in meinen Augen ein riesiges Risiko, denn ich habe nichts zu verbergen, aber wen geht es tatsächlich was an? Ob ich im Supermarkt ein Stück Fleisch oder ein Stück Gemüse kaufe und diese Daten dann irgendwann bei meiner Krankenkasse landen, um es mal ganz einfach zu sagen. Was passiert im Nachgang damit? Meine Freiheit wird eingeschränkt und das sehe ich als größeres Risiko. Und man könnte mit allem Gutes tun. Die Frage ist immer nur, wer nimmt diese Mittel in die Hand? Wer hat die Macht über die Technik? Und leider war es in der Geschichte immer so, dass dann irgendwann die Falschen die Hoheit darüber gewonnen haben. Wie ist deine persönliche... Jetzt bin ich ein bisschen privat, aber wie ist deine persönliche Strategie, wie du damit umgehst? Weil ich glaube, wenn du das so sagst und du es schilderst, siehst du das so, als wenn es sehr weit fest steht und als wenn man da jetzt nicht oder wir beide als Einzelne jetzt nicht dagegen angehen werden. Ja, also ich gehe aktiv dagegen an. Das ist auch der Grund, warum ich sage, man muss die Menschen da hinführen, dass sie sich das Ganze ins Bewusstsein holen. Denn per se sind wir alle bequem. Also wir haben alle die Eigenheit, dass wir erstmal die einfachen Dinge machen wollen und dann die komplizierten und dann die schwierigen. Und deswegen schiebt man auch an sich als Mensch Probleme erstmal weg. Und ich bin eher andersrum getriggert. Ich habe diese Probleme, löse sie und dann mache ich es bequeme. Und das ist das, was ich für mich privat schon sehr früh gestartet habe und was ich jedem mitgeben möchte. Das ist so einfach. Das, was ich heute erklärt habe in einer Stunde, kann man auch auf die letzten 15 Minuten komprimieren. Eure Sorgen werden damit beseitigt sein. Ganz einfach so. Und jetzt kann man natürlich sagen, jetzt gibt es die Angst, jetzt gibt es das Thema Gold. Aber Gold hat eben diese 6000 Jahre Tradition und die Geschichte und die Geschichte hat es gezeigt. Auf der privaten Seite ist der Dominik Kettner natürlich auch ein absoluter, positiver, glücklicher Lebemensch. Ich beschäftige mich mit jeglichen Geldanlageklassen, die mich, auch Immobilien zum Beispiel, sehe ich gerade als eine große Chance. Wundervoll. Nermit wird sich freuen und wird die applaudieren. Genau. Auf der anderen Seite auch ein riesiges Risiko, genau wie Gold. Also wir haben es vorhin im Publikum gehört, es war dann so, nach dieser Hyperinflation gab es dann ein Goldverbot und eine Hauszinssteuer. So, wenn man aber weiß, dass nur ein Drittel aller Goldbesitzer ihr Gold abgegeben haben und mein Gold nur tief genug vergraben sein muss, dann habe ich schon wieder so ein bisschen für mich eine innere Ruhe. Und bei der Immobilie genauso. Man gibt Strategien, wie man diese eben auch schützen kann, damit sie nicht den staatlichen Fängen unterliegt. Und damit muss ich mich eben einmal beschäftigen. Es ist aufwendig, es gibt aber Lösungen und die finden die Zuschauer hier. Und ja, also ich, das ist so ein bisschen die Seite, wie ich es privat betrachte. Und dann ist für mich natürlich auch ganz wichtig, meinem Sohnemann eine Welt zu hinterlassen, die lebenswert ist. Und in einem System, in dem wir alle digitale Nummern sind, das sehe ich nicht als erstrebenswert. Deswegen tue ich das. Deswegen werde ich auch manchmal ein bisschen kritisiert, aber ich kann damit gut umgehen. Ich glaube, diejenigen, die etwas zu sagen haben, finden immer wieder jemanden, die sie kritisieren können. Das ist, glaube ich, ganz gut. Ich habe jetzt ein bisschen natürlich mich schlau gemacht. Du stammst ja im Endeffekt aus einer Goldfamilie oder wie kann ich das mal betiteln? Das heißt also, du machst das ja aus Traditionen im Endeffekt. Stück weit, ja. Also mein Vater hat das Unternehmen tatsächlich im Jahr 2010, 2011 mit mir so in den Online-Markt geführt. Und da war es dann so, dass viele Menschen gelächelt haben, weil das war ein Punkt, als Gold und Silber richtig stark eingebrochen sind. Also wir hatten eine Rallye und da waren andere Werte da und dann sind Gold und Silber eingebrochen. Das war der Startmoment, in dem wir in den Markt gekommen sind. Und der ausschlaggebende Impuls war damals, als mein Vater gesagt hat, diese Entwicklung, die wir derzeit sehen, führt uns in eine dystopische Vorstellung, die wir jetzt heute sehen. Der hat es halt recht früh gesehen und wir haben begonnen, damit Menschen aufzuklären und ihnen schon sehr günstig und sehr früh Lösungen zu geben. Also viele unserer Kunden haben schon bei 800, 900 Euro eine Unse Gold gekauft. Das sind dann 100 Prozent, aber zeitgleich weiß ich auch, dass diese 100 Prozent geschönt sind, weil in den Jahren hat ja das Geldsystem genau den Gegenwert verloren. Also die haben einfach nur ihre Kaufkraft besichert. Und was man bei Gold wissen muss, speziell bei physischem Gold, die Differenz zwischen An- und Verkauf ist recht gering. Also man redet hier von einem Spread, der liegt irgendwo bei 5 Prozent, bei manchmal 10 Prozent, je nachdem, ob der Anbieter teurer oder günstiger ist. Da gibt es eine große Range, ob Banken oder Privathändler, hat auch jeder seine eigene Strategie. Ich empfehle klassische Anlageprodukte. Ich habe hier aber noch was mitgebracht, das möchte ich nochmal kurz zeigen. Und zwar, hier drin befindet sich etwas, das ist eine Münze aus dem Jahr 1967. Die ist für mich auch ein Stück Geldgeschichte, denn, da muss ich jetzt nochmal meine Handschuhe anziehen. Diese Münze ist der Krügerand, und zwar nicht irgendeiner, sondern der erste Krügerand, der jemals geprägt wurde im Jahr 1967. Und diese Münze hat was ganz Besonderes, sie hat eine besondere Prägertechnik. Die gab es nur 10.000 Mal mit einer speziellen Oberfläche, die nennt sich polierte Platte. Also man kann sich darin spiegeln. Und dieses Stück, die ersten 100 hatten oder die ersten 1.000 hatten sogar noch so ein Papiertäschchen dabei. Die hatten damals 20 Dollar gekostet in der Ausgabe. Heute sind die bei 5.000 Euro. Das ist eine Sonderversion, die halt sehr selten und rar ist. Und ich empfehle den Einsteigern nicht unbedingt seltene Produkte, sondern klassische Anlageprodukte. Und das ist wie bei Kunst, nur wenn du weißt, was du tust, solltest du auch in limitierte, seltene Produkte investieren. Wir haben Spezialisten im Haus bei uns, sind mittlerweile über 40 Mitarbeiter in dem Bereich, die sich damit beschäftigen. Aber oftmals machen Laien den Fehler, dass sie eben erst die komplizierten Dinge machen und dann die einfachen. Und da empfehle ich genau wie in meinem Credo, erst mal die Basis, das Musterportfolio und dann vielleicht auch etwas... Ich habe mich sehr bestätigt gefühlt, weil ich bin kein Gold-Experte. Dementsprechend ist meine Empfehlung auch mal den ganz normalen Maple Leaf oder den Trügerrand, also die handelsüblichen Dinge zu wählen. Und deswegen freue ich mich, dass ich da ja nicht ganz falsch liege oder sowas und das noch bestätigt bekomme. Das finde ich sehr, sehr schön. Das macht auch Spaß. Du sprachst gerade an, ob nun bei der Bank oder jetzt im Internet kaufen oder sowas. Hast du irgendwie noch eine ganz konkrete Empfehlung? Na klar, bei dir kaufen gehe ich jetzt von aus. Eigenwerbung dürfen wir tun. Aber worauf der Mensch halt wirklich achten soll? Was ist der Vorteil? Was ist der Nachteil, wenn ich zu meiner Bank gehe? Was ist der Vorteil? Absolut wichtig für die Zuschauer. Gold ist transparent. Also eine Unse-Gold, den Goldpreis könnt ihr auf der ganzen Welt überall nachsehen. Gold wird in Dollar bemessen. Dadurch, dass der Euro zum Dollar natürlich jetzt gerade eine recht spannende Entwicklung hatte, ist es auf Euro-Basis sogar etwas teurer, Gold zu kaufen. Allerdings leben wir halt in der Eurozone und bezahlen einen Euro. Das heißt, erst mal schauen, was kostet eine Unse-Gold in der Herstellung. Das ist das, was ihr seht als Goldpreis. Und dann könnt ihr schauen, wenn ihr den Produktpreis minus diesen Goldpreis abzieht, wie groß das Aufgeld ist. Ja, also das Artio. Und dann wisst ihr, wie viel bezahlt ihr mehr für das Stückchen Gold. Eine klassische Anlagemünze im Goldbereich liegt im Einkaufspreis für den Händler bei so 1,8 bis 2,5 Prozent. Und wenn ihr dann beispielsweise bei 3,5 Prozent oder 4 Prozent Aufgeld seid, habt ihr sehr, sehr günstig gekauft. Das ist so der Einstiegspreis für einen Endkunden am Konsumentenmarkt. Und vergleichen kann man das im ganzen Internet. Also es gibt verschiedene Vergleichsplattformen. Es gibt Händler, die verkaufen Gebrauchtware. Da muss man ein bisschen differenzieren. Also wenn man neue Ware kauft, unberührte Neuware, die noch nie im Umlauf war, die mit solchen Handschuhen berührt wird, verpackt wird, geprüft wird, vom Hersteller direkt zum Endkunden kommt, ist sie ein bisschen teurer, als wenn sie schon seit 50 Jahren im Umlauf ist und 300 Mal angefasst wurde und Kratzer hatte. Und da ist eben der Unterschied, wo ein Laie sich schwer tut, zu vergleichen. Also ich empfehle hier, schaut euch im Prinzip einmal den Jahrgang an, die Qualität. Dann wisst ihr, dass ihr das richtige Produkt miteinander vergleicht. Zieht euch selbst einen Vergleich aus verschiedenen Anbietern und habt dann für euch ein konkretes Produkt im Auge, wie ich es im Musterportfolio empfohlen habe, mit dem ihr eben einen Klassiker habt. Und ich glaube, das ist das Wertvollste, was man mitnehmen kann. Gold steuerbefreit, Silber 19% Mehrwertsteuer, muss man noch wissen. Ich fand, das war gerade eine wundervolle Zusammenfassung. Vielen Dank und ich habe gesehen, alle haben mitgeschrieben. Das ist schon mal sehr gut, weil das sind die handelnden Dinge. Das sind die Sachen, wo man jetzt sagt, okay, man kann das auch direkt umsetzen. Vielleicht nur ein letztes Wort zur Lagerung. Wie empfiehlt du Lagerung? Ich höre ganz oft im Internet, oh, lagere das hier ein, wir haben einen eigenen Tresor. Kleiner Tipp noch für euch, wenn ihr was kostenlos mitnehmen wollt, wir haben, darf ich die Website nennen oder ist das hier im Format schlecht? Ich habe nichts gehört. Ja, ist in Ordnung. Genau, also wir haben auf unserer Internetseite ketner-edelmetalle.de-wissen-ratgeber. So, da gibt es 30 kostenlose Ratgeber, da kann man, wie vergrabe ich Gold richtig, wie lagere ich, wie gehe ich damit über den Zoll? Wie vergrabe ich Gold richtig? Jetzt willst du lachen, weil du gerade sagst, zum Lagern, ich komme jetzt darauf. Ja. Praxistipp, wie starte ich? Ich suche mir ein konkretes Produkt, gehe ins Netz, hole mir ein gutes Bauchgefühl, über einen vertrauensvollen Händler, wichtig. Es gibt leider Betrüger, die sich mit Fake-Seiten und so weiter auftun. Also schaut, dass es viele gute Bewertungen gibt, dass es den Händler schon lange gibt, dass es die Bank schon lange gibt, dass ihr keine großen Wartezeiten habt, dass nicht extreme Preisspannunterschiede sind, dass einer 400 Euro billiger sind, dann könnt ihr davon ausgehen, dass es ein Betrüger gibt es leider. Dann habt ihr für euch schon mal das Produkt, ihr kauft es, ihr lasst es zu euch nach Hause liefern. Es läuft übrigens per Banküberweisung im Edelmetallehandel. Es gibt keine Kreditkarten oder Paypal bei seriösen Händlern, weil die Zahlungsformen teurer sind als die Marge, die ein Händler verdient. Gut, also wir arbeiten mit einem halben Prozent bis einem Prozent, bei manchen Produkten sind es auch fünf oder zehn, aber bei den kleinen Produkten könnten wir diese Zahlungsanbieter gar nicht anbieten. So, und jetzt zu deiner Frage, jetzt bekommst du es nach Hause, jetzt hast du die Unsegold da und jetzt fragst du dich, wo lege ich das überhaupt ab? Die meisten haben keinen Tresor, dazu gibt es, deswegen die Ratgeberseite, die ich euch gesagt habe, gibt es auch Ratgeber, wie man Gold richtig versteckt. Auch das nur als Impuls, also versteckt es bitte nicht dort, was ich da als Ratgeber geschrieben habe, sondern es gibt Leute, die haben zum Beispiel eine Klobürste, in der unten so ein abschraubbarer Versatz ist. Da würde zum Beispiel kein Einbrecher reinlangen, um es mal einfach zu sagen. Aber wenn jemand einen Tresor hat, Hausratversicherung informieren und sich die Info holen, wie viel Bargeld und wie viel Gold darf ich lagern? Bei den meisten sind 30.000 bis 50.000 Euro inkludiert. So, und wenn man das upgraden möchte, braucht man im Regelfall einen Tresor. Dort kann man es lagern, dort kann man dann auch mit einem kleinen Aufpreis, also indem man es der Versicherung meldet, auch bis zu 500.000 Euro zu Hause lagern. Dann ist es auch versichert, auch im Falle eines Einbruchs. So, ich empfehle und ich rate klar ab von Bankenschließfächern, extrem vorsichtig sein. In Berlin hat erst ein Ohrenhändler und auch ein Edelmetallhändler Insolvenz angemeldet, weil die Schließfahranlagen aufgebrochen wurden. Und ein Bankenschließfacher ist im Regelfall nicht ausgiebig versichert. Also das heißt, Tresor oder ein ordentliches Versteck, das Schöne ist, so ein Stückchen Gold oder so ein Kilo kann man eben auch gut verstecken. Und vergraben, um das nochmal anzusprechen, du wirst jetzt lachen, aber mein Großvater hatte bereits sehr früh Gold und hat es vergraben. Und wenn du es dann halt nicht mehr richtig markiert hast, wo das liegt, dann gräbst du unter Umständen den Garten um, dass es uns passiert. Ja, Quatsch. Das ist ja fast wie bei den Bitcoins, wenn dann irgendwo der Stick weg ist. Wenn dann die tausend Bitcoins weg sind und dann eine Pizza. Aber was ich damit nochmal sagen wollte, ist eben, man kann es natürlich vergraben, auch dafür gibt es Anleitungen. Es ist in der Fantasie keine Grenze gesetzt. Wichtig ist, dass, wenn es zu Enteignungsszenarien seitens der Staaten kommt, die ich übrigens für rechtswidrig halte, denn ihr habt alle Steuern auf euer Geld bezahlt oder auf eure Einkommen, dann ist es wichtig, dass man sowas entsprechend gut versteckt und dass das am Ende die Lebensversicherung bleibt, sollte ich es auch am eigenen Körper irgendwo mit mir transportieren können. Und ich hoffe, die Frage ist damit beantwortet. Das ist super, oder? Also ich glaube, das ist etwas, genau hier, wir haben hier den Daumen hoch. Also ich finde das richtig toll. Also ein vergraben, das ist ja das, was man immer sonst hört. Deswegen musste ich gerade lachen, weil ich fand das wirklich spannend, dass es überhaupt eine Option ist. Da gibt es wirklich eine Anleitung, wie du mit einem Erdbohrer, wie tief du sein musst, damit man mit einem Metalldetektor es nicht findet. Wir haben dann ein Schatzsucher-Interview, der sagt, unter 1,50 Meter gibt es keine Detektoren mehr, die das finden. Also das heißt, du brauchst eine gewisse Tiefe, du brauchst eine Technik. Dafür gibt es Anleitungen und Ratgeber, die könnt ihr euch da kostenlos holen. Das würde den Rahmen jetzt sprengen. Aber ich persönlich habe eine Mischung aus verschiedenen Standorten gewählt, weil ich einfach das Klumpenrisiko nicht möchte. Aber natürlich hat nicht jeder x Wohnungen und x verschiedene Plätze, wo er was verstecken kann. Toll, unbedingt. Vielen, vielen Dank. Also das ist wirklich sehr erquickend sowas, weil ich glaube, wie Dagobert sagt, sich zu fühlen und jetzt mal wirklich mit Gold zu sitzen, das hat nicht jeder, dieses Gefühl. Und deswegen freue ich mich da sehr, sehr drüber. Ich glaube, an Handlungsdingen hast du sehr, sehr viel drüber gebracht. Haben wir noch Fragen aus dem Publikum? Oh, da schießt eine Hand hoch. Nicole, du warst die Schnellste. Genau. Einmal Mikrofon. Dann nehmen wir doch noch die Möglichkeit mit rein, Dirk, einmal richtig zu interviewen hier. Gerne, gerne. Ja, erstmal lieben Dank, Dominik, für deinen Vortrag. Mit der Angst hast du schon gesagt, Matthias. Ich war auch im ersten Moment hoch, aber dann war ich eher aufgeschreckt, weil du hast ja Handlungsoptionen aufgezeigt. Und ich denke, vielleicht spreche ich auch für alle hier an den Bildschirmen, wir sind jetzt persönlich zur Handlung aufgerufen, aber wir haben ja alle auch Familien. Wir haben Eltern, wir haben Geschwister, wir haben Freunde. Mit welchen drei Argumenten können wir denn als Multiplikatoren auftreten, um auch unsere Lieben in Nähe und Ferne zu schützen, ohne denen Angst zu machen, sondern einfach nur aufzurütteln und dazu anzuleiten, sich selbst zu retten, weil alle retten können wir ja selber nicht. Ja, ich habe tatsächlich aufgehört, proaktiv, Menschen, die nicht offen für das Thema sind, zu bekehren. Das ist, glaube ich, der falsche Ansatz. Das haben wir auch in der Pandemie gesehen, wozu das führt. Spannungen, die eine Seite und die andere Seite. Es gab immer verschiedene Denkweisen. Das ist nicht der richtige Weg. Ich glaube, wenn man in einem netten Plausch mal gewisse Fakten, wie ich sie heute versucht habe, euch nahezulegen, aus der Geschichte gräbt und mal so anspricht, hey, was war denn vor 100 Jahren? Und kannst du dich noch erinnern, gibt es noch jemand in der Familie, der damals, was hatte denn noch einen Wert? Die haben ja damals alles zerstört. So kann man natürlich, glaube ich, Menschen gut heranführen. Grundsätzlich wäre auch wichtig, dass jemand erst mal sich mit dem Thema Geld und mit dem Geldsystem beschäftigt. Am Ende dieser Lehre, dieser Geldlehre, ich bin großer Verfechter der österreichischen Schule, am Ende dieser Geldlehre steht immer Gold. Da kommt man nicht drum rum. Und das ist was, was den meisten Menschen eben fehlt. Dieter Bohlen hat mal erzählt auf einem Vortrag, das fand ich spannend. Sein Buch über sein Leben hat irgendwie eine Million Verkäufe gemacht und sein Buch über Geld 8000. Das zeigt schon, wie groß das Interesse an Geld ist. Aber ich glaube, das ist ein guter Einstieg, einfach über Beispiele, über Fragen, die Leute selbst auf das Thema zu bringen. Also wäre mein Ansatz. Aber du kannst natürlich auch vorsorgen, also wenn du finanziell in der Lage bist, zu sagen, du hast die Möglichkeit, Zehntel uns noch ein paar kleine Stücke zu kaufen, dass du auch einfach für deine Familie mitdenkst. So habe ich es gemacht. Weil auch ich habe in meiner Familie Menschen, die sagen, Gold, du spinnst doch, Immobilien ist alles. Und ich finde, die Mischung macht es eben. Heute auch noch. Absolut, ja. Immer noch, klar. Spannend. Der Papst ist immer eingeladen, immer nichts wert. Das sage ich jedes Mal. Das ist sehr spannend. Finde ich super. Nicole, vielen Dank für die Frage, weil ich finde, solche Fragen sind wirklich das, was uns live betrifft. Vielleicht da noch die kurze Ergänzung. Ich glaube, Nicole, ihr seid die besten Vorbilder bei euch in den Familien. Ihr seid die besten Live-Bilder, dass ihr euch so mit den Finanzen, und damit meine ich wirklich die Menschen, die wir hier haben, und wenn ihr dann nachher euren Weg geht und eure Strategie lebt, eure passiven Einkommen habt, und dann fallen lasst, wie habt ihr es gemacht und ihr habt die Bausteine. Ich glaube, das ist das Beste, was man einem Umfeld mitgeben kann, mit Vorbild voranzugehen. Und es tut euch übrigens auch ganz gut. Also das ist ein ganz guter Weg, den ich bisher immer sehr, sehr gerne wartet habe. Haben wir noch eine Frage? Ja, einmal noch mal das Mikrofon. Streitet euch. Wer will, ganz kurz? Vielleicht ist es die gleiche Frage. Daniela, ansonsten müssen wir es ganz schnell. Meine Frage ist, empfiehlst du auch Platin zu kaufen oder andere Edelmetalle, abgesehen von Gold und Silber? Ja, ich rate von Palladium ab. Und Platin, um deine Frage zu beantworten, halte ich für sehr spannend. Es gibt ja dann zwei, ich sage jetzt mal, Nebenprodukte, neben Gold, neben Silber und Gold. Und das sind Platin und Palladium, so die klassischen Anlageprodukte, die es auch in Münz- und Wachenform gibt. Beim Palladium ist es eben so, dass es hauptsächlich in der Katalysatorenindustrie benutzt wird, genauso wie Platin. Und wenn eben die Produkte dieselben Verwendungszwecke haben und eins günstiger ist, um es mal ganz plump zu sagen, nämlich die günstigere Alternative. Und Platin ist eben gerade jetzt, weil auch Silber 19% Mehrwertsteuer seit diesem Jahr bekommen hat in Deutschland eine gute Alternative zu Silber. Ich würde aber nicht mehr als 2-3% ins Portfolio nehmen, weil ich einfach davon ausgehe, dass der Bedarf bei Silber größer sein wird. Ihr habt ja diesen knappen Würfel gesehen. Und wenn die Industrienachfrage steigt, wird dieser Würfel aufgebraucht und dann wird Recycling viel wichtiger und dann wird auch Silber teurer. Alleine das ist eine ganz natürliche Entwicklung, die man im Kopf behalten sollte. Das ist aber wahrscheinlich genau das, was du am Anfang schon gesagt hast, dass man sagt, man fängt erst mal mit den normalen, klassischen Dingen an und dann ist natürlich schon so ein etwas spezielleres Investment dabei. Ich würde die letzte Minute noch nutzen. Daniela, du hast das Mikrofon schon in der Hand. Dankeschön. Gold kauft man ja üblicherweise und lässt man liegen. Aber verkauft man Gold auch irgendwann so zwischendurch, wenn man sagt, okay, ich brauche jetzt Geld? Oder handelt man da? Oder wann tut man es wieder weg sozusagen? Das ist übrigens, finde ich, die beste Frage heute. Weil die wenigsten Menschen beim Kauf sich Gedanken machen über den Verkauf. Ja, was ist, wenn ich mal schnell zu Geld kommen muss? Also, super Frage. Ist auch was, was in unserem Beratungsgespräch immer eine essentielle Rolle spielt. Wie ist der Anlagehorizont? Möchte ich eine Altersvorsorge? Also 40 Jahre, wenn ich noch ein junger Mensch bin oder 20 Jahre, wenn ich älter starte? Oder ist es etwas, was ich zum Krisenschutz kaufe, also zum Tausch, was ich weglege und geistig abhage, was ich nicht mehr brauche? Oder möchte ich mir vielleicht später davon eine Immobilie kaufen und spare einfach nicht in Papiergeld, sondern in Gold? Ich sage auch meiner Frau immer, Schatz, du gehst shoppen, ich tausche mein Geld nur in eine andere Währung. Da haben wir zwar verschiedene Meinungen, aber zu deiner Antwort, Gold kannst du bei jedem seriösen Handel, der dir was verkauft, auch wieder zurückgeben. Also wir handeln das. Wir haben ungefähr ein Verhältnis von 1 zu 10. Also 10 Teile verkaufen wir und einen Teil kaufen wir zurück. Das zeigt auch schon, dass die Deutschen an sich mit diesem Würfel von 8,6 Meter, der deutsche Würfel, ihr Gold nicht so gerne hergeben. Das wandert eher von Generation zu Generation. Und da in den letzten Jahren auch noch das Fenster geöffnet war, dass man Gold sogar bis zu 15.000 anonym kaufen konnte, das haben sie jetzt geschlossen oder fast geschlossen, es geht nur noch bis 2.000 Euro, dann ist es eben so, dass viele Menschen schon Gold gekauft hatten, dass es nirgendwo gab, dass nirgendwo registriert wurde, dass über Generationen weiter vererbt wurde. Die letzte Ergänzung? Eine kurze Ergänzung, ich muss ehrlich sagen, ich habe mich nie mit Gold beschäftigt. Ich weiß jetzt nicht aus der Geschichte heraus, ob der Goldpreis irgendwie auch so eine mehr oder weniger steigende Kurve hat. Kann man sagen, hat Gold irgendeine durchschnittliche Rendite über einen gewissen Zeitraum? Ja. Also Gold hat eine Durchschnittsrendite, also annualisiert, du kannst dich erinnern an diese Goldstandard-Thematik, 1971 haben die den Goldstandard aufgehoben. Da war keine Deckung mehr da, von Papier zu Gold. Also es gab kein Gold mehr hinter dem Schein. Und dann ist der Wert pro Jahr im Gold um 7,9% annualisiert gestiegen. Die durchschnittliche Inflation lag in diesem Zeitraum bei knapp 4%. Wenn man weiß, dass die echte Inflation doppelt so hoch ist, hat es genau das gemacht, was es tun muss. Gold hat einfach nur die Inflation und die Kaufkraft besichert. Und zu deiner Frage, davor, als die Golddeckung existierte und zuvor sogar ein Goldverbot 1923 eingeführt wurde, hat der Staat gesagt, schlagartig alle Gold hergeben, wir geben dem Gold einen Wert, 23 Dollar pro Unze. Dann, nachdem alle ja Gold abgeliefert hatten, hat der Staat den Preis auf 33 angehoben, hat sich damit selbst aufgewertet und hat dann von 1923 bis 1971 den Goldpreis linear gehalten. Also er ist nicht mehr gestiegen. Natürlich hat Gold die Kaufkraft auch in diesem Zeitraum gesichert, aber wir hatten auch nicht so eine Inflation, weil es gab ja hinter jedem Schein eine gewisse Menge Gold. Und der Preis seit 1971, der ist fast exponentiell. Ja, also der geht einfach, und deswegen sind wir auch am Ende dieses Papiergeldsystems angelangt. Ich hoffe, das war noch. Ich denke, dass dieses Papiergeldsystem ausgedient hat und dass wir entweder die digitalen Zentralbankwährungen bekommen, Option 1, ein Krieg, Option 2 oder eine Inflation, Hyperinflation, damit können wir quasi dieses System resetten. Ich wünsche mir natürlich am liebsten ein goldgedecktes System. Das wollen die großen Machthaber aber nicht, weil sie dann nicht unendlich viel Geld drucken können und sich damit immer reicher machen können. Das wäre eigentlich das faireste Geldsystem. Es wird auch oft diskutiert, ob es digitale Währungen gedeckt gibt mit Gold. Aber ich glaube persönlich, dass eine digitale Währung, die eben nicht gedeckt ist, auch genau wie Papier nur ein Traum und ein Versprechen und ein Wunsch ist. Und etwas Physisches, was eben einen wirklich limitierten, anfassbaren Wert hat, hat immer mehr Vertrauen. Wenn die Zentralbanken selbst die größten Goldkäufer der Welt sind, dann weißt du auch, dass sie das tun, weil sie diesem System und auch dem neuen System, das sie bauen, nicht hundertprozentig vertrauen. Sehr schön. Unsere Zeit ist davon gelaufen. Aber du siehst, was für Fragen beziehungsweise auch was für ein Interesse da ist. Ja, toll. Also auch, wie tiefgründig ihr alle mitgedacht habt. Dankeschön. Genau. Also ich glaube, wir haben auf jeden Fall ein Thema hier mit reingenommen, was sehr, sehr, sehr großen Wert hat und auch für die Fußballstrategie tatsächlich als Baustein einen sehr, sehr großen Wert hat. Und dementsprechend vielen, vielen Dank meinerseits, dass du dabei bist. Hat sehr viel Spaß gemacht. Euch eine wundervolle Pause. Wir sehen uns wieder um 11.15 Uhr. Alle Mann in Frische und ganz viel Spaß und ganz viel Motivation. Bis dahin, danke dir, Dominik. Dankeschön euch. Vielen Dank.